ja servus und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei transportwerker 2 hier auf dem knall wir sind wieder zurück hier bei gyseritz hier viel los wir haben 42.000 euro wir brauchen noch mehr busse um hier das zu regeln oberwiesen ist auch einiges am stehen hier 47 leute waren auf dem bus nach gyseritz auch andere städte hier wir es doch wollen wir noch anbinden mit dem bus aber uns fehlt einfach das geld so den tipp können ausmachen start sind fahrzeug 1 ist sehr schlecht das heißt wir werden das straßenfahrzeug 1 jetzt mal ersetzen heißt einmal hier ersetzen für 20.000 damit ist das straßenfahrzeug wieder hier auf dem laufenden zustand sehr gut kein alter sehr schön dann haben wir das auf jeden fall erledigt hier sind verdammt viel alter wie viele stehen hier 50 leute wollen mit der linie 10 fahren hier haben wir schon ich glaube vier busse sogar fünf busse auf der linie sieben jahre alte älteste können wir da eventuell auch was machen ersetzen oder sowas das wäre jetzt die frage habe ich glaube wir haben noch keinen zweiten bus bekommen nein haben wir nicht ich glaube 1870 kommt der nächste wenn ich mich nicht recht täusche über 50 leute jetzt hier an der buchseite stelle der zustand von mehreren fahrzeugen ist sehr schlecht ja wir müssen auch das geld reinkriegen spiel wir müssen auch das geld reinkriegen das ist gar nicht mal so einfach so wir schauen mal wo wir noch was machen können geben sieht relativ gut aus die 0 10 die 0 11 macht minus da ist aber auch nur ein bus drauf das heißt das ist in ordnung die getreide linie macht gut plus das ist auf jeden fall positiv was im minus macht es hier im prinzip greben und geben die beiden linien die drei linien weil wir da noch nicht das problem gelöst haben hier ist ja ja ich weiß zustand von mehreren fahrzeugen ist ja schlecht weil das problem ist hier wir kriegen wie alles für gräben aber keine liebensmittel mehr nach jedem oder nach nach jedem 10 oder nach jedem 11 das ist das kleine problem deswegen müssten wir wahrscheinlich noch ein fahrzeug für gräben holen dass hier mehr abtransportiert und wir mehr im prinzip vom getreide holen dass das sich dann da durch sozusagen ausgleich das wäre eventuell eine möglichkeit das zu probieren getreide kriegen wir auf jeden fall gut das ist nicht das problem aber eine gräbene strecke ist natürlich sehr sehr weit und das ist hier ja die ganze strecke und das mit den fahrzeugen alter schüler sind die wochen lang unterwegs hier ist noch eine unterwegs mit vier personen bus hier noch ein bus unterwegs lkw sehe ich jetzt gerade keine hier wäre zum beispiel ein lkw nach gräben und hier ein lkw die haben aber noch lange zu fahren und hier kommt gerade ein lkw von gräben zurück wie gesagt lange zu fahren ich weiß nicht ob sich das jetzt im prinzip rentiert wollte es einfach mal ausprobieren zu funktionieren scheint es aber wie gesagt ich habe noch mal ausprobiert Dann können wir im Prinzip Einbuß auch abstecken an Gräben, wenn hier so wenig los ist. Das bringt ja nichts, wenn die jetzt alle leer fahren im Prinzip. Passt auf. Nein. Dann fährst du bitte jetzt auf die Linie. Äh, na, Gräben. Danke. Wir werden es aber einmal umdrehen und dann auch direkt hier Lebensmittel mitnehmen. Getrale wird auf jeden Fall geliefert, das ist auf jeden Fall positiv. Hier ist noch ein Fahrzeug, was auf jeden Fall schlecht aussieht. Wir werden das ersetzen, das Fahrzeug. Straßenfahrzeug 6 ist das. Cargo. Europäisch ist 20.000 wieder. Und wir werden das Fahrzeug auf eine andere Linie schicken und zwar von jedem nach Gräben. So. Hier kriegen wir hoffentlich noch ein paar mehr Lebensmittel weg hier von dem Zopp. Dann werden wir gucken, dass wir hier nochmal ausbauen, konfigurieren, können wir da was machen. Wie viel kostet das? 27.000. Haben wir jetzt aktuell nicht das Geld? Dann müssen wir ein bisschen warten. Dann könnten wir das vielleicht machen. Dann könnten wir das vielleicht machen. 8.800. 9.000. 18.000. Wir brauchen 27.000 dafür. Dann können wir das hier ein bisschen vergrößern. Wird so viel nicht bringen, aber wäre zumindest ein Fortschritt schon mal, dass hier nicht alles kaputt geht im Prinzip. 21.900. Wir brauchen 27.200 knapp. Dann müssen wir ein bisschen warten. Das ist das kleine Problem, was wir jetzt gerade haben hier. Für Jeden Gyseritz, wie sieht die Linie denn aus? Schauen wir mal. Da Jeden Gyseritz 9 Leute wollen fahren. ok hier muss auf jeden fall kleiner geworden sieht zumindest so aus ist knapp 98 eilwohner werden schon über 115 nur weil die lebensmittel fehlen sie sind hier aus mit getreide 3 haben wir noch genug das ist nicht das problem wenn wir hier noch mal verstärken noch mal ein fahrzeug dazu holen ja ein fahrzeug kommt noch dazu nicht genug geld verdammt das ist das kleine problem hier der ganze geldmangel ein fahrzeug konnten wir noch dazu holen hier auf die linie hier sieht es ziemlich heftig aus von den personen hier wollen viele umsteigen zum weiterfahren nach dieser zentrum oder kapellenweg hier ich denke mal viele laufen auch dann bis zum job das letzte stück weiß ich nicht aber hier ist auf jeden fall gut was zu tun dieser ritz oberwesen ist voll ein bus ne vier busse auf der strecke vier busse alter schwelle ok fahrzeuge verwalten dann werden wir hier noch mal ein fahrzeug kopieren da haben wir jetzt fünf busse hier auf der strecke dann müssen wir auf jeden fall gucken dass wir hier mehr abfahren ich glaube oberwesen ist hier die zwei genau wäre hier am bahnsteig 1 das heißt da ist auf jeden fall hier gut zu tun für die busse da ist auf jeden fall genug zu tun hier so ampel können wir noch nicht bauen ne das geht noch gar nicht ne nein können wir noch nicht dachte ich mir schon gibt ja noch keine ampel hier in der zeit 1866 sind wir gerade meyers das wird noch eine weile dauern so hier ist in das drehgebiet hier sind auch noch häuser wenn hier mit angeschossen kann auch noch laufen das ist nicht das problem das ist nicht das problem ansonsten sieht es eigentlich soweit gut aus hier sieht es hier aus hier fährt auch ein bus das ist ja die linie 11 bestimmt da wollte ich mal gucken ob wir die eventuell mal umändern dass die hier im prinzip einmal anders rum fährt weil sonst haben wir hier ein kreuzungspunkt den würde ich gerne eigentlich abschaffen okay ist sowieso nur ein bus drauf von daher passt das noch aber mehr als bus drauf ist das dann ein kreuzungspunkt und das ist dann unvorteilhaft sagen wir mal so das heißt das sollten wir auf jeden fall abändern ja das sollten wir auf jeden fall abändern noch ein industriegebäude gieseritz wächst über 220 einwohner schon sagenhaft das ist gut das ist gut kriegen wir treibstoff ich weiß jetzt nicht wo wir treibstoff herkriegen könnten das wäre da dann bräuchten wir hier öl da hätten wir rohöl da könnten wir treibstoff produzieren aber wir haben keine da wäre die nächste das ist aber verdammt weit weg wäre hier noch was im anschlussbereich da hinten wäre was das ist aber auch viel viel zu weit weg äh kunststoff ne aber das ist kunststoff äh ja das ist auch eine schwierigkeit ne wir könnten im prinzip das gebrauchen aber zu weit weg oder hier ist aber auch eine verdammte weite strecke das wäre hier noch das ist nicht das problem aber oder wir machen das einfach ja von da nach da eine verbindung machen dann könnten wir hier das fahren lassen dann wieder zurück dann werden wir hier geld verdienen mit der strecke komplett dann einmal hier hin und ja müssen wir gucken dann würde ich aber hier auf jeden fall eine verbindung zu machen für zu dem wald hier so das gucken wir aber in der nächsten folge ich danke euch erstmal fürs zuschauen danke dass ihr dabei wart freut mich auf jeden fall hier haben wir auch schon einen Zopp ist aber noch nichts da von daher schauen wir in der nächsten folge ich danke euch fürs zuschauen danke dass ihr dabei wart bis zur nächsten folge danke servus und tschüss defekt help auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020